Der Kurier von hier, 40 bin ich der Kurier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist da noch frei? Untertitelung des ZDF, 2020 Sie Pflegel, warum setzen Sie sich nicht woanders hin? Es gibt doch genug Plätze hier. Jetzt kann man schon nicht mehr Straßenbahn fahren, ohne belästigt zu werden. Wer von unseren Steuern profitiert, könnte sich wenigstens anständig benehmen. Als ob man sich nicht an unsere Sitten anpassen könnte. Warum kommt ihr überhaupt alle hierher? Hat euch denn jemand eingeladen? Wir haben es alleine geschafft. Wir brauchen keine Hottentrotten, die uns nur auf der Tasche herumliegen. Jetzt, wo wir selber so viele Arbeitslose haben, dann arbeiten die alle noch schwarz. Als ob das jemand kontrollieren könnte, wovon denen einer aussieht wie der andere. Man müsste wenigstens verlangen können, dass sie ihre Namen ändern, bevor sie zu uns kommen. Sonst hat man ja gar keinen Anhaltspunkt. Im Übrigen riechen sie penetrant. Aber das kann man ja schließlich nicht verbieten. Nein, was solltest du sein? Dann können wir jetzt nicht wiederholen. Wegen die Das wäre früher nicht passiert, dass alle Reindorfen zu uns. Mein Hans sagte immer, lassen wir einen rein, dann kommen sie alle, die ganze Sipschaft. Die vermehren sich ja wie die Kanickel da unten, alle quer durcheinander. Kein Wunder, dass die da alle Aids haben. Die kriegen wir nie wieder los. Wenn das jetzt so weitergeht, bei uns gibt es bald nur noch Türken, Polen und Neger hier. Man weiß ja schon bald nicht mehr, in welchem Land man lebt. Das war's für heute. Guten Tag. Fahrscheinkontrolle. Ihre Fahrscheine bittet. Na klar. Scheißtag. Danke. 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 Ich trau mich ja schon nicht mehr auf die Straße, wenn es dunkel wird. Man liest ja so viel in der Zeitung. Na ja, wir haben uns jedenfalls einen Hund angeschafft, als man dem Türken die Wohnung unter uns gegeben hat. Man kann ja nie wissen. Sozialfall. Von wegen. Die wollen alle nicht arbeiten. Mama, guck mal. Danke. Fahrscheinkontrolle, hier einen Fahrschein, bitte. Der Neger hier hat ihn eben aufgefressen. Danke. So eine blöde Ausrede habe ich auch noch nicht gehört. Tja, wenn Sie keinen Fahrschein haben, muss ich Sie bitten, mit mir mitzukommen. Sie pressen unsere Fahrscheine, wenn ich Ihnen das sage. Hören Sie, ich hatte eben noch... Glauben Sie mir doch, ich bin noch nie auf dem Fahrschein. Sie haben es doch alle gesehen. Ich... Ich verstehe das nicht. Ja, ja. Sie haben es gesehen. Ja, ja. Ich verstehe das nicht. Ich... 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 Bis zum nächsten Mal.